Ich denke, gerade bei der Musik ist es wahrscheinlich denselben Gradwanderung, dass du deinen eigenen Stil weiterentwickelst, aber trotzdem nicht die Fanbase, die du schon hast, komplett verlierst. Wo man immer in dieser Zwischenwelt ist von «Ich bin Künstler und ich will das machen, was ich will», aber da gibt es ja noch Leute, die wollen ja auch hören, was ich mache. Und denen gebe ich jetzt nicht auf einmal, fragt mich nicht «Schlager-Track XY». Wäre schon geil gewesen, aber… Ja, ja, aber ich glaube, in der ersten künstlerischen Phase, wenn es losgeht mit der Produktion des Albums, ist das irrelevant. Ja. Wirklich irrelevant und auch bewusst irrelevant. Auch mehrere Phasen, in denen wir uns sagen «Scheiss auf die Leute», es geht um uns, es geht jetzt darum, dass wir unsere komischen künstlerischen Ideen umsetzen können. Und ich meine, natürlich merkst du, jetzt Jacke ist jetzt ein Klassiker, jetzt die Aktuell-Single von… Ich habe im Suf einfach geschrieben, in Florenz. Ein schöner Weihabend gehabt. Und dann einfach das geschrieben und nie erwartet, dass das irgendein Mensch interessiert. Und dann aber durchgerutscht beim Produktionsteam, durchgerutscht beim Management, durchgerutscht beim Label. Also durchgerutscht. Alle haben immer gesagt «Shit, das ist ein Hit». Mhm. Und ich habe nie mit dem gerechnet. Und das ist eigentlich am schönsten. Und dann musst du eigentlich nur noch am Schluss schauen, können wir es so ausproduzieren, dass es geschmeidig ist, dass es fürs Radio funktioniert. Das kannst du dann schon noch am Schluss schauen. Aber der erste künstlerische Impuls. Ich glaube, wenn der kommerziell ist, dann wird es, glaube ich, schnell Helene Fischerig so. Also ich habe grossen Respekt vor ihr. Aber ich glaube, dann riecht man halt, dass es berechnet ist. Ja, ja. Das ist jetzt das Letzte, was ich heute will. Und das Letzte, was meinem Künstler-Ego entspricht. Wo auch gleich da ist. Wo er sagt, ich will auch Sachen sagen, die mich einfach sehr beschäftigen. Aber ich finde das noch spannend, dass an der Schweizer Musikszene habe ich nicht grosses Gefühl, dass es viele gibt, die nach dem Hitformat überhaupt arbeiten. Im Gegensatz zu Alayju. Ich habe das Gefühl, es fängt jetzt so ein bisschen an. Es geht mir auch schon ein bisschen auf die Eier. Ja. Also ich bin ja in diesem ganzen Knäuel drin und kriege auch Dinge zugeschickt, die noch nicht draussen sind. Kannst du etwas dazu sagen? Wie denkst du das? Kannst du mir helfen bei diesem Text und so? Und ich merke so ein bisschen, hoffentlich geht es nicht in eine Richtung wie in Deutschland. wo am Schluss fünf Leute alle Songs schreiben, die irgendwie draussen sind. Und es ist eigentlich scheisse langweilig. Und alle Leute merken, es ist langweilig, aber ein bisschen catchy ist es trotzdem noch. Und wow. Weisst du, wie immer die gleiche Süssigkeit essen. Das ist ja dann auch nicht so geil. Nein, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass wenn du die grossen Musiker nimmst, dass die auch so ein bisschen ihr Ding machen. Und einfach finde ich, sicher hat es dann auch noch ein Management Label und so, wo noch ein bisschen dreischwärzt und sagt, diesen Song kannst du jetzt nicht auf das Album tun, sondern eher diesen. Aber ich glaube, das ist bei dir auch so im Vergleich zum Schweizer Markt und zum Deutschen Markt. Ich glaube, in der Schweiz ist man näher beim Publikum. Es lässt sich nicht vermeiden. Die Bühnen sind kleiner. Der Markt ist kleiner. Die Städte sind kleiner. Man sieht sich. Also weisst du, ich begegne auch sehr vielen Fans. Einfach auf der Strasse, weil die Schweiz einfach klein ist. Und ich glaube, wenn du in Deutschland, wenn du jetzt in Berlin wohnst und du hast irgendwie die Fans in Stuttgart, die siehst du nie. Ja, ja. Und das ist einfach im Schweizer Markt. Und dadurch ist Realness einfach sehr wichtig. Weil die Leute sehen mich auch im Zug. So, ich bin ja ein Zugfahrer mit Ikea, wenn ich so einpanne im Zug. Weisst? Und ich glaube, wenn ich nicht der gleiche Typ bin auf der Bühne und in den Songs wie der, der einpannt im Zug, dann schiesst es die Leute an. Und ich glaube, das ist typisch für den Schweizer Markt. Und darum ist es schwieriger, um einfach dir einen geilen Song komponieren zu lassen und dann einfach zu singen. Und viel einfacher für eine lange Karriere, wenn du Bühnenhuber mässig einfach immer selber schreibst und immer einfach Real bist. Ich glaube, das ist aber in einem Comedy-Bereich so in der Schweiz. Das ist wahrscheinlich auch für Schauspieler so in der Schweiz. Das ist aber vielleicht auch für Politiker. Ja. Es ist wie so ein kleiner März, dass Realness einfach viel mehr zählt, glaube ich. Es ist alles ganz. Aber ja.